Jo Leute was geht's? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute habe ich mal wieder eine Geldmethode für euch, wie ihr schnell egal viel Geld verdienen könnt in GTA Online. Aber bevor das Video jetzt losgeht, nehmt auf jeden Fall an meinem Unlock All und Morded Account Gewinnspiel teil. Das Einzige was ihr dafür machen müsst ist dieses Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und in die Kommentare zu schreiben, Hashtag Team Piero und warum ihr gewinnen wollt. Dann Leute müsst ihr mir nur noch auf Instagram folgen und meine Bilder liken. Und wenn ihr irgendwelche Money Glitches, RP Glitches oder Money Methoden herausgefunden habt, dann schreibt sie mir gerne über Instagram. Fangen wir jetzt aber mal an mit diesem Video. Und zwar Leute geht ihr jetzt ganz einfach auf Online, dann müsst ihr auf Jobs gehen, auf Missionen und dann Leute wählt ihr ganz einfach die Missionen im Hintergrund aus. Karabiner und Turbinen, wenn ich sie jetzt richtig ausgesprochen habe. Und Leute was müsst ihr dann machen? Ihr könnt mit Freunden nur alleine spielen und zwar Leute fahrt ihr dann zu einem Ort und dann findet ihr da viele Gegner. Wenn ihr diese getötet habt, müsst ihr den Transporter klauen und ihm zu Trevor fahren. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr die Missionen geschafft. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut da rein und ciao. Ciao.